hi youtube willkommen zurück auf letzte mit der zweiten folge let's play uncharted teil 1 remastered naja schick ist anders ich wurde für den arbeitsdienst ausgewählt so ein scheiß soldaten sorgen doch draußen für ordnung das werde ich ihnen mal sagen was ist mit dir hat man dir auch schon was aufgedrückt nein ja na klar tschüss wenn ich sage nein dann ist das auch so mülltonen time okay diese mülltonnen sind static wieder mal schick ja ich würde auch nicht so happy drüber wenn ich nichts zu essen bekomme Oh! 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 Scheiße, man. Ihr werdet ja wohl nicht... Okay, wahrscheinlich schon. Nein! Ich bin nicht infiziert! Es ist falsch! Bitte! Mist. Dieser verdammte Virus killt uns noch alle. Na ja, dann frag ich mal höflich nach. Alter, was rennst du auch weg, du Noob? Nichts zu sehen und dem läuft das Blut aus dem Körper. Hallo? Ich wollte mal fragen, äh... Verdammt. Ja, ich hab verstanden. Ich geh schon. Wichser! Na dann! Und du hast auch nichts zu sagen? Also doch. Umso mehr die sich wegschleichen. Hm. Hm. Wir müssen wohl durch diesen Checkpoint. Friedlich. Anders kommen wir da nicht durch. Wir erledigen sie. So sieht die Lösung aus. Ganz deiner Meinung. Ja, echt alles sehr liebevoll gestaltet. Genau nach meinem Geschmack. Ich hab uns Papiere besorgt. Sie sollten uns keinen Ärger machen. Hoffe ich. Bleib einfach cool. Ey, du kennst mich, Baby. Okay. Weiter, Stefan. Jetzt muss ich ja auch noch durch diese Wasserpfütze. Ja, ich geh dann weiter lang. Wenn du dich nicht traust, ich geh jetzt einfach mal und sag Hallo. Hallo. Bitteschön. Es sind die zwei coolen. Ich hab heute frei. Besuche einen Freund. Genau. Gehen weiter. Danke. Warum hast du so rumlaufen? Uah. Fuck. Was ist da los? Fireflies? Okay, dann hatte ich ja so recht. Dann sind das wohl, äh, nach links und drücken. Was? Ich kann gar nichts machen. Was ist das? Hä? Hallo? Ziele. Mit L und drücke. Ja, keine Ahnung. Würde ich gern, aber. L. Nach unten. Und X. Was ziehe L nach unten und drücke X für eine schnelle Deckel? Ja. Geht nicht. Geht nicht. Hä? L nach unten. Da tut sich nix, Amigo. Also. Hm. L. Ach, na also. Ja. Wenn's mal wieder länger dauert. So. Fireflies, okay. Ja. Komm. Ja, wir müssen runter von den Straßen, das leuchtet mir ein. So viel zum einfachen Weg. Verarzte dich, okay? Rüste das Medikit mit oben aus und halte dann R2 getrückt, um zu verbinden. Medikit. Und wenn ich jetzt loslaß, dann geht's nicht. Verbunden. Sie werden alle Checkpoints schließen. Wir werden außenrum gehen müssen. Und dann ist das halt so. In der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe? Toll. Ja, die Türen sind versiegelt. Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Äh, Marlene? Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich hab keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Morning, Sir. Bis bald. Marlene sucht nach Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Absolut sollten wir das. Ah, ich muss kurz mal checken. Kann ich hier einfach Spiel speichern? Ja, gut. Scheinbar kann ich zu jedem Zeitpunkt speichern. Das ist gut. Wir sind dran. Hey Leute, wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Joe, hilf mir mal damit. Oh, ein Geheimgang. Und ein ziemlich dreckiger Fernseher. Seid vorsichtig da draußen. Hey. Immer. Ja. Oh Gott, das ist schlimm. Mann, hier unten mief das. Du musst doch achten, was sie wegwerfen. Es wäre Licht. So, 100 Volt. Ja, warte mal kurz. Ey. Nicht so schnell Mädchen. Ich muss erstmal hier ein bisschen... ...atmosphärische Grafik schnüffeln. Okay. Und schwupps sind wir drüber. Unsere Rucksäcke sind noch hier. Na, da freu ich mich ja aber, Dame. Oh. Halbautomatischer Colt. Tja, du musst gut zielen. Ja, das glaube ich auch. Drücke zum Nachladen R2, während du nicht zielst. Jetzt. Und da fliegt das volle Magazin raus. Okay, ausgerüstet. Ich helfe dir hoch. Hier. Helfe ich dir hoch. Bereit? Bereit, wenn sie es sind. Und ich hoffe, du hilfst mir auch hoch, Schätzchen. Ah, hab ich's doch gewusst. Ja, die hat Power. Die hat Schmackes in den Armen. So kann ich schleichen. Okay. Ah, der wird schon nimmern sein, oder? Hm. Ja, ja, ja. Vorsichtig. Bin ich das nicht immer? Keine Ahnung, dafür kennen wir uns noch nicht gut genug. Aber so wie du immer davor preschst, würde ich sagen, nein. Oh, ein Restaurant. Ein Schnellimbiss. Okay, das sind Pizzaöfen. Und da ist eine Eistruhe, Eiscremetruhe, direkt vorm Hinterausgang platziert. Wer macht denn sowas? Und hier sind auch noch so ein paar Dinger, wo ich nicht weiß, was das ist. Also ich würde sagen, das war ja vielleicht ein Pizzashop oder irgendwas mit Backwaren und gutem Kaffee. Ja. Guter Kaffee und Gebäck, das gehört zusammen. Ah, vielleicht geht die Jukebox noch. Nein. Leider, leider, leider nicht. Truman's mit Ketchup und Zwiebeln. Mhm. Naja, wir bleiben mal lieber bei ihr. Exit. Hi. Hm. Venedig. Hättest du wohl gerne. Schönes Klebberwasser. Wo ist die Leiter? Sag du's mir. Ja, jetzt darf ich die Leiter suchen oder was? Welche Leiter überhaupt? Da liegt doch irgendwas. Ja. Glückstreffer. Hab sie. Gut, bring sie über. Tutorial freigeschaltet zum Ansehen. Ach, später vielleicht. Und jetzt? Platzieringer. Aber immer doch. Ein Kavalier und Gentleman der alten Schule. Alles ist relativ. Alles ist relativ. Du bist relativ schön. Ah, was für eine Aussicht. In den Hinterhof. In dem es kaum etwas zu sehen gibt. Die Wohnung hat auch schon mal bessere Zeiten erlebt. Kann ich hier irgendwas looten oder ist das hier... Ah, wie die immer davor rennt. Ja, dann bleibst du da halt jetzt. Oder ist looten in diesem Spiel gar kein Thema? Wir werden es noch rausfinden. Hier auf Let's J. Let's J. Ah. Wenn man vom... Oh, wenn man vom Looten spricht. Oh, wenn man vom Looten spricht. Yeah, okay. Boah, kein Plan. Okay, damit kann ich bestimmt Waffen craften. Kann ich die Truhe hier kaputt schlagen? Kann ich überhaupt schlagen? Habe ich einen Meli-Angriff? Steine kann ich scheinbar nehmen. Okay. Die Waffe kannst du wieder wegstecken, Heidi. Wenn ich dir jetzt näher komme, rennst du die Treppe runter, oder? Ja. Dachte ich es mir doch. Okay. Ah. Warum nicht gleich so? Und ist es wie beim Metro so, dass die Taschenlampe dann ausgeht? Stay inside. Okay. Was ist das? Firefly-Anhänger. Ja, den würde ich mir schon angucken. David Maikowitschel. Oitu. Vergrößern. Umdrehen. Umdrehen. Lesen. Anhänger, der von Mitgliedern der Firefly-Miliz getragen wird. Okay, Firefly-Miliz. Damit ist es erste... Ah, Firefly-Graffiti. Damit habe ich mir selbst die erste Frage beantwortet. Was sind die Fireflies? Licht an? Licht aus? Na, ich brauche kein Licht. Ist okay. Noch nicht. Schön. Gut. Kann ich da links hoch? Nein. Ja, dann gehen wir da mal runter. Hupsi. So, jetzt könnte ich das Licht anmachen. Ach, du Traumtänzerin. Wann kommt was Neues? Das klappt bestimmt nicht. Eben war dieser Checo. Mann, hier unten in dem Keller ist es schon ein bisschen muffig. Ha. Als hätte ich es gewusst. Ich dachte mir nur so hier, es ist so ein bisschen beklemmend und muffig. Hier, da kommt kaum Tageslicht rein. Okay, dann gehen wir weiter. So. So einfach lassen sich hier die Probleme lösen. Uah, okay. Boah, das sieht schon echt gut aus. Das sieht schon echt gut aus. Hier, diese kleinen Partikel und so. Mann, da wage ich gar nicht davon zu träumen, was da mit der Playstation 5 abgeht. Eieieieiei. Puh, okay. Hallo. Wo zur Hölle kommen die her? Seher war es hier sauber. Die kommen irgendwo raus. Pass auf. Ja, die Sporen kommen irgendwo raus. Beziehungsweise, die stehen halt einfach hier unten in der Luft, würde ich sagen. Was steht da? Ist das wichtig? Hm. Nein. Ist nicht wichtig. Ah. Okay. Wo ist das? Hier, Ratten. Und ein vergammelter Typ. Da liegt ja der Grund. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Okay, ich verstehe. Der Typ ist hier komplett am... Infekten und schleudert dann hier sein... Früher hätte man gesagt Bakterien durch die Gegend, in dem Fall sind es Pilzsporen. Was ist das da hinten? Ist auch nicht viel besser. Alter, wir müssen hier raus. Das ist ja wohl hardcore toxisch, was hier abgeht. Ekelhaft. Hoffentlich enden wir nicht so. Ja, ja. Die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Genau so ist das. Hier lang. Ich sag ja, wir sollten hier raus gehen. Vorsicht. Scheiße. Pass auf, pass auf. Hilf mir. Meine Maske ist kaputt. Ja, dann... Ich... will mich nicht verwandeln. Ich verstehe. Bitte. Wie siehst du das? Ich helfe ihm. Geil, wie das Blut noch so schön da sich ein bisschen verteilt. Ach, da kriegt man einfach gute Laune. So, das war meine gute Tat für heute. Wo geht's lang? Oh, Alter, hier ist ja alles zu, Mann. Erstmal eine Coke holen, oder? Was haben die hier im Angebot? Ach, passt schon. Okay, gehen wir weiter, Schätzchen. Darf ich mal? Darf ich mal? Danke. Darf ich mal? Oh, was ist das? Ah, Munition. So. Ja, jetzt geht er mal aus dem Weg, Mensch. Hier, ich... Ich... Ich kann spüren. Es gibt Loot. Äh, und eklische biologische Missgeburten. Okay. Hier lang. Oder da lang. Ich... 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 Hm. Da ist wohl auch noch ein Raum. Oh, die Batterie hält noch. Sieht das jetzt nur so ähnlich aus, oder war ich hier schon? Ne, hier war ich noch nicht drin, aber... Hier gibt's aber nichts für den Augenblick. So, dann nächster Raum. Leise! Fuck, was ist das? Eher Einzeltrick halten für Lauschmus. Okay, das sind... Das sind so scheiß Viecher. Das ist ein Agro-Kill. Verstehe. Der typische... Melee... Insta-Kill. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Du bist sowieso schon tot. So... Ich lag mal gerade nach, falls das überhaupt geht, ja. Aber ganz voll sind wir trotzdem noch nicht. Oh, Himmel. Dass ich hier eine Taschenlampe habe, das interessiert euch auch nicht, oder? Okay, das waren alle. Mit dem letzten Schuss... Ah, okay, das ist ein melee Angriff. Der Mike Tyson-Modus. Ja, warte mal kurz, lass mich nochmal hier ein bisschen checken. Okay. Hat der... Hat der Typ hier irgendwas gehabt? Was ist das? Ach, cool. Wenn ich dann dagegen klopfe, dann lade ich die Taschenlampe wieder auf, oder... Sorge dafür, dass die Batterie ihren Kontakt wieder hat. Ey, geil. Jo. Einfach cool. So, haben die hier was für mich? Boah, wie geil. Blut. Hast du hier was für mich? Nein. Nein. Einfach nein. Da geht's wahrscheinlich raus. Komm schon, gib mir ein bisschen Loot. Es muss ja nicht viel sein, nur ein kleines bisschen Loot für einen kleinen Boop wie mich. Hm, da zum Beispiel. Voll. Ja, ich bin zwar auf der einen Seite froh, dass es so ist, auf der anderen schade, dass ich es nicht mitnehmen kann. Geht's jetzt hier raus? Nochmal kurz gucken, ob's da hoch geht. Ja, da geht's auch hoch. Was mach ich jetzt? Erstmal den Raum checken. So, hier schlägt man. Okay. Ah, mehr Loot. Okay. Ja. Und nachladen. Alles klar. Soweit. Dann ab nach oben. Ja, die Qual der Wahl, wo gehen wir jetzt lang? Da geht's lang. Wo auch immer. Und da ist noch eine Tür. Sag doch auch mal was. Komm, wir gucken uns nochmal die Tür hier an. L1 war der Lauschmodus. Okay, der Lauschmodus kann ich scheinbar nicht immer anschalten. vielleicht nur in brenzligen Situationen. Oh, ein Brief. Nachricht am Bruder. Lesen. Ups. Lesen. Hä? Ah, okay. Vergrößern. Ja. Gut. Sie wollten in die Throne und wurden infiziert. So ist es. Alle die drinnen sind, jammern darüber. So ist das. Und dann sind da die armen Töpel, die unbedingt dort leben wollen. Genau. Habe ich eigentlich die Taschenlampe gerade ausgemacht oder hat er die ausgemacht, weil er da an dem Rucksack dran war? Macht ja nichts. Egal. So, ich muss kurz überlegen, wann wir den nächsten Schnitt machen. Lass mich mal in die magische Kaffeetasse erblicken. Oh, die ist noch fast halb voll. Hm. Trotzdem würde ich sagen, ah, gehen wir noch ein Stückchen vor. So. Trotzdem würde ich sagen, wir machen mal hier einen Schnitt. Danke fürs Zuschauen. Ihr seid auf Let's J mit Let's Play Uncharted A1 Remastered. Bye, bye.